Ich bin Sophie, ich bin 25 Jahre alt, ich bin gelernte Ergotherapeutin und ich war anderthalb Jahre im Ausland als Ergotherapeutin in San Diego und habe mich dort um einen vierjährigen Jungen mit ADHS gekümmert. Ich hatte Angst vorm Englischen, da ich einfach dachte, ich kann mich in der englischen Sprache nicht so ausdrücken, wie ich es gerne möchte. Aber die Angst wird einem sehr schnell genommen, da man da super schnell reinkommt. Nach den ersten Wochen lernt man ganz viele Vokabeln und nach einem Jahr kann man es dann auch schon perfekt. Das geht ganz schnell. Der Unterschied von mir zu einem anderen Au-pair, was vorher in der Familie war, ist einfach, dass ich dafür mehr Verständnis hatte, dass ich auch super gern mit dem Kind arbeiten wollte. Ich denke mal, das macht auch diesen professionellen Aspekt aus. Ich konnte aber auch sehr, sehr viel lernen. Dadurch, dass ich die Therapeuten vor Ort begleitet habe, konnte ich auch sehen, wie legt man denn jetzt so Wert drauf in Amerika. In Amerika sind die Therapeuten sehr spezialisiert in dem bestimmten Feld. Das heißt, ihr Fokus liegt sehr auf den Kindern und alles, was damit zu tun hat. In Deutschland beispielsweise haben wir ja verschiedene Praktika in verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich konnte ganz viel lernen über so verhaltenstherapeutische Aspekte, die ich vorher noch nicht kannte. Und die konnte ich dann auch super mit im Alltag integrieren und umsetzen und mit dem Kind erlernen und auch den Eltern näher bringen dadurch. Also ich konnte die ganze Familie eben super unterstützen. Mein Kind hatte oder hat ADHS, deswegen war das so ein bisschen mein spezielles Feld. Und das Therapiezentrum und mit den Kindern, mit denen ich dort auch in Kontakt gekommen bin, die waren alle so im ADHS-Bereich. Und dadurch konnte ich da sehr viel lernen. Es ist auch so, dass mein Gastkind zu der Zeit, in der ich gekommen bin, Medikamente bekommen hat. Das heißt, es war eine riesengroße Umstellung und den ganzen Prozess konnte ich mit miterleben. Und das war eine sehr intensive Erfahrung auch. In Deutschland ist es so, dass man ja das Kind wirklich nur für 45 Minuten hat in der Therapie. Das Tolle an dem Programm ist, dass man wirklich eine intensive 1 zu 1 Betreuung hat und das Kind komplett unterstützen kann. Man baut eine super tolle Bindung auf, eine ganz, ganz tolle Beziehung. Und die Elternarbeit ist auch sehr intensiv. Man kann die Eltern super unterstützen. Es ist oft eine sehr freundschaftliche Ebene. Und ich glaube einfach, für einen als Therapeuten ist es toll, denn man sieht die Erfolge. Man sieht die Erfolge sehr schnell und man kann direkt handeln. Man kann direkt die Ziele anpassen, wenn irgendwas jetzt gerade mal nicht so gut läuft. Und deswegen ist das Erfolgserlebnis einfach viel größer. Was sind Freunde finden für mich im Ausland sehr, sehr einfach? Dadurch, dass es hier unglaublich viele Leute gibt, die sind unglaublich offen. Und man kann verschiedene Facebook-Gruppen sich suchen, dort mit den Leuten in Kontakt treten. Und es gibt ganz, ganz viele, die genauso fühlen wie du hier und die auch jemanden kennenlernen möchten. Deswegen ist es super, super einfach, Leute kennenzulernen. Es ist aber auch grundsätzlich einfach, Amerikaner kennenzulernen. Denn die sind viel offener als wir Deutschen und viel lockerer. Deswegen ist das überhaupt gar kein Problem gewesen. Deine Entscheidungsfreiheit ist schon sehr groß. Also beispielsweise bei mir, ich kann ja jetzt auch viel von meinen Erfahrungen berichten. Meine Gasteltern haben mir sehr, sehr viel Handlungsfreiraum gelassen. Auch in Bezug, was ich mit dem Kind unternehmen möchte, was ich für Ideen habe. Ich konnte viele Ideen einbringen. Das war sehr toll. Natürlich ist es am Anfang auch immer so, dass man erst mal Vertrauen aufbauen muss zu der Gastfamilie. Aber im Prinzip kann man sich da auf jeden Fall einbringen. Und dann ist es auch so, dass man natürlich auch Freizeit hat, die man natürlich total selber gestalten kann. Und dann kann man ja auch Freiwilligenarbeit machen. Man kann Collegekurse belegen, Unikurse belegen. Und das kann man auch alles selber bestimmen, was man da möchte. Ob man lieber eine neue Sprache lernen möchte oder ob man was Professionelles erlernen möchte. Also da hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Mir ging es so, dass das Jahr an sich viel zu kurz war. Ich war nach dem Jahr noch nicht bereit, nach Hause zu gehen. Und deswegen wollte ich gerne noch ein bisschen verlängern. Und ich habe sechs Monate verlängert. Ich konnte in der Zeit noch mehr lernen. Ich konnte noch mehr Klassen besuchen. Zum Beispiel diese Spieltherapie-Klassen. Und ja, ich brauchte einfach noch die sechs Monate, um wieder bereit zu sein, nach Deutschland zurückzukehren. Durch die Verlängerung mit meiner Gastfamilie ist einfach noch eine tiefere Bindung entstanden. Es war auf keinen Fall langweilig. Es war eine sehr freundschaftliche Ebene aufgrund dieser langen Zeit. Und es war ein sehr schönes Gefühl. Und ich bereue das auf keinen Fall. Als Freiwilligenarbeit habe ich in dem Therapiezentrum mitgeholfen, an dem mein Gastkind auch war. Und das war quasi ein Summercamp über mehrere Wochen, in der Zeit, wo die Kinder nicht in der Schule waren. Und das war insofern cool, weil da waren ganz, ganz viele Kinder. Und ich konnte ein bisschen mit aushelfen, konnte Spiele gestalten, mit denen machen. Und es war direkt am Strand. Und das war natürlich eine tolle Location. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich konnte viele Kinder kennenlernen mit vielen Krankheitsbildern. Als Credits habe ich viele Sachen gemacht. Zum einen habe ich ein paar Sportkurse belegt an der Uni. Dann habe ich aber auch ein paar Englischklassen belegt. Dann habe ich eine Klasse am College belegt. Die hieß Special Needs Curriculum. Da ging es darum, wie man Kinder mit verschiedenen Krankheitsbildern im Schulalltag einbinden kann und unterstützen kann. Und das war auch sehr super. Da musste ich sogar einen Test mitschreiben und einen Vortrag halten. Aber das hat echt viel Spaß gemacht. Und dann habe ich noch zwei Klassen mit Spieltherapie oder über Spieltherapie belegt. Das war auch sehr interessant, weil ich in dem Bereich vorher noch gar keinen Einblick hatte. Und das hat mir natürlich als Ergotherapeutin super viel geholfen.